Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist euer Momentum Mario, ihr seht mit einem kleinen, aber feinen und vor allem langersehnten Video, Leute. Und um was geht's? Um was geht's? Ihr könnt es euch denken, ich habe vor zwei Wochen ein Gewinnspiel gestartet, wurde gesponsert von G2Play, hier wirklich wieder mal ein großes Danke an euch Leute, ihr seid wirklich einsame Spitze. Sie haben mir sogar Dark Souls 3 zur Verfügung gestellt, für lauf, für gratis, für nix, ne? Um euch beglücken zu können mit meinen Fails, wirklich ein großes Danke an die Jungs. Und es haben sich hier wirklich einige gemeldet, wie ihr seht, es sind wirklich viele Kommentare hier dazugekommen. Und ja, ich habe ja nicht so die großen Voraussetzungen gestellt, die ihr erfüllen müsst. Ich wollte nur lediglich wissen, was für Spiele ihr wollt, warum ihr sie wollt. Und einige haben halt nur geschrieben dabei. Und ja, sorry, weißt, für mich hat das den Anschein, als hätte sich diese Person nicht das Video angesehen. Also, wir starten hier einmal. Holzleitung, na komm, ich bin eigentlich nur wegen dem Gewinnspiel da. Du Penner. Also, ich hätte gern Shadow of Mordor. Klingt auf Englisch irgendwie blöd, ne? Mordors Schatten heißt das, glaube ich. Oder Schatten von Mordor, ne? Und Straw Dew Valley, keine Ahnung was das ist. Als man mit einer persönlichen Support-Seite, denke ich mal, ich sollte gewinnen. Ja, komm, das markieren wir hier mal. Ich habe einen Bot rausgesucht, der das Ganze hier auslöst, oder auslost. So, wann wird eigentlich aufgelöst? Ja, 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 ne? Ne? Nur mit der Ruhe, Elsie, nur mit der Ruhe, ne? Nicht stressen, ich bin nicht mehr der Jüngste. Das war nicht ihr Kommentar, zu dem kommen wir gleich. Xeno, mein Hund hat sechs Beine und acht Augen, spitze Zähne. Ja, wollt wahrscheinlich nicht mitmachen, denke ich mal. Anime Boy, nö, auch nicht. Klicken, Play, reingezockt. Nein, ich bin RTL-Positiv, mein Hund hat vier Beine und meine ganze Familie kam während der französischen Revolution um. Die Franzosen sind nicht umgekommen, sie haben sich nur versteckt. Versteckt, true story, bitch. Ich sehe sie jetzt schon von mir. Florian18, RTL-Positiv. Nicht nur RTL, vielleicht auch HIV, ne? Okay, Freak. Ah, da mache ich mit. Ich würde gerne Random Skis nehmen, um Anschluss bei mir zu verlosen. Der Anfang ist super geworden. Ah, ich weiß nicht zurecht, ob wir den dazunehmen sollen. Sorry, aber wenn du sie selbst verlost, weißt, ich will wen damit eine Freude machen und nicht jemanden geben, der wird sie wieder weiter verlosen, ne? Das ist irgendwie, der Sinn fehlt hier ein bisschen. Deswegen, ich glaube, ihr nehmt's mir nicht böse, ne? Wenn ich ihn einfach so vergesse. Ich hätte gern Geld für Clash Royale. Okay. Ich gucke da mal. Na, ist auch nichts. Aber ich glaube, sie haben... Sie haben... Ich schreibe mal dazu und schaue kurz auf den Link, Leute. Wir schauen kurz auf den Link. Bäm! Wir schauen einfach, ich... Ich mache es einfach mal, ne? Wir suchen hier, Plattform, Android. Android gibt es sogar, gibt es sogar. Okay. Er hat zwar nicht... Ich weiß nicht, ob er nachgesehen hat. Soweit ich weiß, schon. Deswegen lassen wir das mal gelten. So, Elsie, ich würde gerne den Evolve PC Monster Race Edition Steam Key. Geht's noch länger? Ich glaube nicht, Leute. Ich glaube nicht. Haben, da ich das Spiel irgendwie recht interessant finde und selber mal spielen will. Es sind 24,99 zu viel. Es geht sich sicher aus. Und... Ah, was mache ich? Zu viel sind nämlich Evolve Digital. Also, sie will Evolve. Sie, ja, keine Ahnung. Ich denke mal sie. Bäm! So, schauen wir mal. Ich hätte gerne Geld für Claire Schoyal. Okay. Gibt's auch. Ich vertraue einfach mal die Leute, dass sie irgendwie nachgesehen haben. Halb, ich würde gerne was für CSGO hören. Ja, CSGO. Gibt's? Skins gibt's? Weiß ich. Habe mich umgesehen. Ich vertraue einfach mal, dass ihr das auch gemacht habt. Die Karo Games, ich hätte gerne Lust auf Dekaling. Ja, ist ein geiles Spiel. Keine Frage. So, jetzt sind wir bald durch, glaube ich, oder? Christian... Ah! Warte mal. Okay, Games gibt's auch. Ja, es sind halt auch viele dabei, die mich kennen von Clash Royale oder auch Clash of Clans. Ich hätte gerne South Park. Ja, das South Park ist ein geiles Game. Keine Frage, Leute. Ist ein cooles Spiel. Wurzelt, ich hätte gerne Rocket League, weil ich das Gameplay ziemlich cool finde. Auch legitim, dass er mitmacht. Hat sich dran gehalten. Ja, Rocket League. Jolo Game. Ja, 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 ja. Ja, Leute, ich werde wahrscheinlich einen mehr auswählen oder zwei, falls sich der eine nicht meldet. Also, man muss halt schon Prioritäten setzen im Leben, finde ich sehr nice. Ja, komm, als hätte das keiner gewusst, dass das ich war am Anfang. Okay, ich möchte gerne Subnautica für 15 Euro. Meine Story ist mein 104 Beiner, meine Oma ist gesund. Shit, ne? Mein Beileid. Wenn die Oma... Ne, eigentlich nicht. Meine Seele hast du schon. Haben wir vor kurzem ein bisschen den Hans-Dieter identifizieren können. Okay, U-Porn, blablablabla, da lesen wir einfach mal drüber. Ihr könnt das ja eh lesen, ne? Ihr könnt auf Pause drücken und so. Okay. Ja, er hat eigentlich schon ein Mikrofon gewonnen, ne? Von mir. Perfekt. Arma 3. Okay, ist auch legitim. So, das war's bis jetzt. Komm, da gehen wir nochmal ein. Machen das Ganze Copy and Paste. Und würde sagen, wir drücken jetzt einfach mal auf Auslösen. Wurzer-HD ist der Erste. Ganz merken. Wurzer-HD. Und wer ist der Nächste? It's Nutella. Nutella, 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 Wurzer-HD machen wir hier weg. Und den Nutella-Mann. Ja, das heißt, wenn sich der Erste nicht meldet, bekommt's der Zweite. Hier Nutella. Wenn sich der nicht meldet, bekommt's Elsie. Also herzlichen Glückwunsch an die, die gewonnen haben. Wie gesagt, ihr bekommt von mir ein paar Tage, bis ihr euch meldet. Ich werde euch nicht separat anschreiben. Ich hoffe, ihr seht das Video. Wenn nicht, gehen sie einfach an den Zweiten. Wenn sich der Zweite ein paar Tage nicht meldet, geht's zum Dritten. Den dritten wird dann ich anschreiben, falls sich der nicht meldet. Vielen Dank fürs Zusehen. Unterstützt G2Play. Sie unterstützen mich. Wäre geil, wenn ihr dort vorbeischaut. Vielleicht sogar ein paar Keys von ihnen kauft. Sind wirklich günstig. Und wenn ihr sie unterstützt, kommen sie auf mich zu. Und das wird sich wieder positiv auf euch auswirken. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Video, Leute. Tschüss. Tschüss.